Sooo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Malgear Solid 2. Wir versuchen den Scheiße jetzt zum dritten Mal, ja. Denn ich habe nicht mehr viel von Dingen. Nicht mehr viele Rationen und auch nicht viel zu tun. Ich hab keine Lust mehr. Doch, eigentlich schon. Aber, ähm, ich stelle jetzt ein bisschen doof, weil hier einfach immer so viele Gegner auf mich warten. Ja, zum Beispiel der Kollege da hinten. Ähm, ich könnte nicht versuchen, ihm einen Instant Headshot zu verpassen. Aber ich glaube, das wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Ah, doch. Okay. Aber ich weiß doch nicht so ganz, wie ich mit den anderen, was ich bei den anderen anstellen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich spiele das Spiel übrigens mit Steuerkreuz. Ich weiß selber nicht so genau, warum eigentlich. Stimmt, der hatte die geile Mucke, Alter. Och, Mann. Wieso hörst du denn Musik, du Arschloch? Als wenn ich Musik höre, erwarte ich, dass er zu dumm zum Kacken ist. Oh. Ja. Oh. Ich wollte ihn eigentlich würgen. Ey, ich hab dir aber sowas von einen Kopfschuss verpasst, du Arsch. Boah. Boah. Spiel. Mach mich nicht wahnsinnig. Voll in die Eier geschlossen. So. Boah. Ich verrecke hier aber auch auf die dümmsten Arten, ey. Okay. Ich weiß, die Ero-Steuerung ist ein bisschen merkwürdig, weil die so hypersensitiv ist. Sehe ich das richtig, dass ein Eierschuss genauso effektiv ist wie ein Kopfschuss? Hab ich richtig gesehen, ne? Oh. Die Kopfschüsse sehen übrigens ganz schön brutal aus, wie ich finde. Ich höre ein ... Ach, ist doch doof. Oh, jetzt sollte ich mich mal wieder ducken. Oh, ne, der nächste ist in der Ecke. Genau. Moin. Das war's sowieso noch nicht. Das war's. Ich habe alle getötet. Es tut mir wirklich ein bisschen leid. Moment, ich will mich so nahm. Ja, leider keine mehr da, die auf Position gehen könnten. Ja, das war sehr unprofessionell. Ich gebe es dazu. Aber was willst du machen? Moment. Zack. So, so viel Zeit muss sein. Ja, ich hing erst mal eben fest. OSP Bullet Full. Okay, es wird auch nicht auf der Karte angezeigt. Das bedeutet wahrscheinlich, da kann man nie rein. Gut zu wissen. Ich will mal so geräuscheln. Das ist halt ja irgendwie so ein Hund. Da habe ich mal Angst. Dass mein Hund hier irgendwie rumbellt. Ding, ding, ding. Wieso versuche ich es überhaupt? Alter, ich habe es so bekloppt. Hm. Und ich habe es so�, was geht. Ich hoffe, es ist etwa für die Laufzelt. Was ist auch für die Laufzelt. Ich habe das. Du bist so ein Hund? Wie sollst du schon mitmachen? Du bist so ein Hund? Ich habe das. Wie sollst du? ... und mit dem Sturm. Kornel, wir haben den Sternach geschlossen. Alles klar. Der Leuch ist auch unter unserem Kontrollen. Wir sind auf der Forderseite. Wir sind zu den Hordern. Sir, der Marine Kommander hat bereits angefangen. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the halls have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the halls until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Who is there? Oh, no. Must that be. Okay, we will try something out. Let's try it out. Wow, rollen. Alter, the type. I have already killed a few. So I can get that now. I have a crazy ego shooter experience. Oh-oh. 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 Scheiße. Oh-oh. 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 Junge. Oh. Oh. Oh-oh. Oh. Mal muss man es eben auch brutal machen. Sicherlich auch möglich hier irgendwie keinen umzubringen. Soll es eben nicht so gut, dass es nicht so gut ist. Who goes there? Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the colonel. What the... The colonel will be joining you soon, comrade. Äh, Ocelot, du geile Sau. Snake, are you in yet? Have you made it to the Holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. Alright, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. Können wir uns so sagen. You're all familiar with the Shadow Moses in the Marines. The men down here are definitely Marines. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No, I have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent rivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Hmm. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now, do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need four shots. Metal Gear from the front, front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they'd tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 at the U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overrode a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera. Split the files and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay, okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech. But you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have seven more minutes. Longer if you throw in a joke or two. A seven minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, okay, but first the photos. Alright, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Geile Übersetzung. Seven more minutes. Übersetzung, fünf Minuten noch. Äh, was? Okay, ähm, dann setze ich mich erstmal kurz hin. Äh, warum nicht? Let's gucken. Aber ganz im Ernst. Was soll ich machen? Ähm, die Frage ist halt jetzt, ne? Wo ist Metal Gear überhaupt? Oder soll ich nur von dem Projektor da fotografieren? Das ist mir zweifelig ja nun mal. Ah, guck mal, da ist er ohne Hose. Ha, sch, äh. Äh, äh. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll Ähm Ich darf auch nicht im Front auf Projektor laufen Scheiße Ähm Boah, und auffälliger geht's aber auch echt nicht, oder? Äh Ah Okay Oh mein Gott Das erste Mal Lüftungsschacht klettern Das ist aber gerade ganz schön gemacht Aber hier ist der Metal Gear gar nicht Ich soll aber jetzt nicht da von dem Beamer und so was abfotografieren, oder? Ist ja ein bisschen lame Ich bleib hier auch einfach nur zu blöd Ach du Scheiße Warte mal Das hatte ich nämlich schon mal gesehen Ich stehe nämlich direkt unter dem Wenn ich hier glaube ich mal hochgucke Nee Irgendwo hier Mist Der Typ ohne Hose sein Ich hab nicht mehr so viel Zeit Deswegen ist es mir jetzt gerade mal egal Manta rochen Ich hab keine Ahnung, ob ich das hier gerade richtig mache So irgendeine Art und Weise klug ist, was ich hier mache Ah Ist hier Metal Gear? Halt Nummer 2 Du Kacke, das geht um Hä? Hä? Hier ist gar nicht hier Moment Das resetten wir gerade nochmal Das ist ein Unbezüglich Das ist ein Unbezüglich Dass es eine Unsbezüglich ist in unserer Regierung und innerhalb des Militärs Siehten zu kontrollieren nationalen Begeys zu hauern ihren eigenen Interessen Metal Gear Rade Beherr 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 und Beherr 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 Okay, das ist echt cool gemacht. Bestimmt ändert sich das gleich wieder. Okay, Glück gehabt. Okay, leider habe ich am Anfang echt getrödelt, von daher weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch hier hinkriege. Okay, Katze, das ist gut. Operation is a direct result of that event. Metal Gear. Oh mein Gott. Scheiße, was war ich denn jetzt? Hallo, ne? Ich gehe mal auf Nummer sicher, ne? Oder auch nicht. Oh, muss ich jetzt den ganzen Rotz nochmal machen. Darf ich keine umbringen? Oh mein Gott. Ah, ne, ich bin wieder in dem Raum, das ist gut. Moment, die sehen mich ja nicht. Dann gehe ich einfach vorbei. Dann ist ja auch egal. Ach so, Moment. Ich kann ja einfach ein Foto von dir machen. Moment. Äh. Na ja, weiß ich nicht. Pfff. Okay, er hat Goethe gesagt. Machen die krasse Übungen. Bist du Kacke. Oh, ja. Oh, ja, ja. Gut. Ihr merkt, dass ich gerade ein bisschen angespannt bin. Ähm. Hier ist auch eigentlich schon das Marine Corps Logo, ne? Das heißt, ich kann das ja eigentlich auch gleich mitschießen, oder? Kann ich irgendwie zoomen, oder so? Gut. Und nur noch irgendwie... The brain drain of nuclear specialists in the black market trade and weapons. Untertitelung des ZDF, 2020